So, okay Freunde, da sind wir, wir machen noch eine kurze Aramrunde und dann lege ich mich heute schön auf die Couch und gucke mir noch die letzten Folgen von Legion an. Super Staffel, kann ich euch nur empfehlen, ja. Ich warte nur, dass drüben der Raum gerade warm wird, lustige Geschichte gerade, ich habe nämlich heute früh in meinem Wohnzimmer oder auch generell überall die Fenster aufgemacht. Es ist arschkalt draußen, erstmal, so eine Notiz, es ist arschkalt draußen. Habe die Fenster aufgemacht, um ein bisschen durchzulüften einfach, wollte nur mal so 10-20 Minuten Strom lüften und dann habe ich in manchen Räumen halt noch die Fenster zugemacht und dann musste ich schnell los, habe nicht geguckt, wann der Zug fährt. Ja, ich sage mal so, jetzt ist es gut 20 Uhr und ein Freund von mir hat mich jetzt höflicherweise, also der gerade zu Besuch ist, hat mich höflicherweise darauf hingewiesen, dass er unten gerade an in unserem Haus vorbeigelaufen ist und oben bei meiner Wohnung, die das Fenster noch offen war, etwa den ganzen Tag auf. Ja gut, ich meine, Frischluft, Ahoi, würde ich sagen. So, unser Team ist sowieso ein bisschen Boost, wir haben, ich bin, glaube ich, ich, glaube ich spiele auf Tank lieber. Wir haben drei AP und das Gegnerteam sieht irgendwie nicht wesentlich besser aus. Sek und Nautilus, die werden ja wohl auch Tank gehen hauptsächlich, die scalen nicht so gut mit AP. AP und wenn ich hoffe, ich hoffe mal, dass der Schako auch noch AP geht, denn dann haben wir ja hier schon fast gewonnen. So, los, Leute, wir holen sie uns. Mache ich jetzt hier den ganzen Damage oder wie? So. Das Flash war auch absolut worth. Sehr gut. Ich habe jetzt gerade zwei Kills. Was ist hier los? Was wollt ihr? Da bleibe ich doch bei dem Puh. Hier, gebe ich dir. Zack. Und schon haben wir den Jungen. Ja, Leute, den kriegen wir eh nicht. Der ist am Tower, Leute. Ach, jetzt sterben echt zwei Leute. Sterben echt zwei Leute. Ach so, der hat, äh, denn sein Ping ist nicht von dieser Welt. Ach, die ist trotzdem gestorben. Ich habe extra Ulti gemacht. Ja, Kaser, den kann jetzt nichts dafür so richtig, dass er, äh, ein bisschen schlecht spielt. Das nehme ich ihm nicht übel. Oh, komm, da ist das Ding doch schon fast raus. Bei ihm ist die passive weg. Mach ihn. Ah, du bist so schlecht. Nein, du bist eigentlich nicht, aber... Das habe ich gar nicht gesehen, dass die Morgana davor ist. Wow. Heißes Eisen, ey. Die Morgana hier. Das habe ich nicht gerafft, dass sie davor gelatscht ist. Wenn die Cutter jetzt hier kommt, kann ich mal proben. Nee. Habt aufgepasst. Habt aufgepasst, meine Fräulein. Ich habe aufgepasst. Sehr schön. So, den probiere ich jetzt mal hier zu kriegen, aber ich glaube, den kriege ich nicht. Ja, wir kriegen ihn gemeinsam. Los, komm, holt ihn euch, Leute. Assist habe ich auf jeden Fall. Sehr schön. Wir haben jetzt alle gekriegt. Warum? Weil ich mit meiner Ulti lange genug gewartet habe. Oh, komm, stopp. Oh, du Nutte. Die macht auch noch keinen Damage. So, spring da mal weg. Ja, mir ist das jetzt egal. Ich laufe jetzt hier einfach so bei dem Pfand so ein bisschen hier rum. Ich bin hier sowieso der Tank. So. Slowly. By the fact. Wow, was war denn das jetzt? Hat der mich gezogen? Ich baue mir ein bisschen mein Mana gerade. Aber war vielleicht gar nicht so schlau. Uh, ich brauche es vor der Cutter aus. Hau ab. Hau ab vor der Cutter. Oh. Ja, nein. Das war einfach delicious. Na, war es nicht, aber... Na, dafür wächste ich jetzt mein Mana und mein Ulti nicht. Das war sicher, dass der tot war. So, das Ding kriegst du doch. Na, genau. So, der ist jetzt wichtig, dass der stirbt. Und hier ist die Cutter. Die versuche ich mal ein bisschen abzusplitten vom Gegnerteam. Das klingt mir gerade auch sehr gut. Und noch genug... Ja, ey, das war... Ey, Leute. Ganz ehrlich. Da habe ich gerade einfach wie ein junger Gott. Wie ein Stein habe ich da jetzt gerade hier. Der Fels in der Brandung. Einfach besser spielen konnte man das jetzt nicht. Ganz ehrlich. Ne, ne, du. So, und der hat das... Der Tower, der geht ja jetzt auch weg damit. Tower, was ist das? Interessiert mich alles nicht, was ihr hier macht. Also mein Ulti war jetzt vielleicht gerade ein bisschen nutzlos, aber... Ich fokussiere auch gerade hart den Tank. Deswegen sollte der mir eigentlich gerade nicht hinterherlaufen. Aber gut, ja. Auf eigener Risiko, ne. Ja, ich töte ihn noch nicht. Ich mache nicht so viel Damage, wie ich mir das gerne hätte. Na, komm doch, Cutter. Du hast jetzt all deine Fähigkeiten... Keine Chance. Keine Chance, die Cutter. Stirb. Stirb doch jetzt hier. Zack. Zermanscht habe ich ihn. So, der lebt noch. Ich fokussiere mir auf sie jetzt weiter. So. Zack. Und jetzt... Jetzt ihn. Da lebt die Cutter schon wieder, ey. Das gibt's doch nicht. Eben, die hier alle tot haben. Es ist einfach nur Cancer hier. Das ist einfach nur... So. Neun, vier. Ich bin einfach ein Malfight. Gott, ich bin einfach... Einfach so geil, bin ich. Zack. Wie ich aber auch alles Kill-Stil. Ich mache aber auch Damage. Ich weiß nicht, warum, aber ich mache Damage. Ich weiß es nicht, warum. Ich verstehe es auch nicht. Den hole ich mir. Klatsch. Jawohl. Gebasht habe ich dich. So. Zack. Will ich jetzt sterben? Ich habe schon wieder 2 zu 2. Stopp einfach. Die kriegen mich halt nicht durch. So. Das nächste Mal sterbe ich nicht. Freiwillig. Da gehe ich raus und lasse mich durch Wormox wieder hochrecken. Das ist es. Ja, vielleicht hätte ich ihn verlangsamen sollen. Die kommen jetzt. Ne, die kommen nicht. Wenn die Cutter... Ah, hier ist der Schako. Ja. Sehr schön. Oh, er ist nicht tot. Das habe ich gar nicht gecheckt. Er ist gar nicht tot. Natürlich habe ich ihn getötet. Ey, wenn ich nicht der most valuable player hier in dem fucking Game bin, dann weiß ich auch nicht mehr, wer das noch sein soll. Ich bin immer so jemand, der sehr gerne wartet, bis er ein Volt hier einsetzt. Bis ich auch mehr als zwei Leute damit treffe. Und auch möglichst nicht die Tanks, sondern wichtige Ziele. So war es hier zum Beispiel. Zack und zerfickt. Einfach nur in der Luft zerfickt. Habe ich die einfach nur komplett auseinander genommen. Und den nehme ich jetzt hier mit den eisgebrochenen Handschuhen. Ah, der hat seine passive wieder, oder? Ja, komm, mach sie. Mach ihn einfach nur. Das ist aber so geil. Das war gerade so geil. Komm, die will ich doch killen. Gib mir noch neun Sekunden. Ah nein, ich wollte mich... Ah, ich wollte mich noch hinflaschen. Pure Zerfickung, ey. Mit dem... Pure Steinpenetration, Alter. Ich weiß nicht mehr, was ich noch sagen soll.